Mahlzeit! Da kann man sagen, haben wir vielleicht nochmal so ein bisschen Glück gehabt. Wenn man heute früh auf den DAX geschaut hat, dann konnte einem ja Angst und Bange werden. Der DAX doch ganz gut mit 0,3% plus in den Tag gestartet, dann aber relativ schnell ins Minus abgedriftet und dann sah es auch danach aus, als ob die 12.000 wackelt. Jetzt wackelt sie gerade aktuell mal nicht mehr so. Der DAX hat sich ein bisschen erholt, ist sogar, glaube ich, leicht ins Plus gestartet. Wir sehen es hier, Kurs 12.49 Uhr. Wir aktualisieren nochmal. Ja, ist immer noch und sehen, ich glaube, er bleibt noch dabei. Aber trotzdem, der DAX hat sich wieder gut so ein bisschen berappelt. Aber wenn wir sehen, die 200-Tage-Linie, wir sind drunter. Das ist natürlich klar und das macht ein bisschen Sorgen, wenn man darauf guckt und sagt, so, jetzt haben wir natürlich den kurzfristigen Durchschnitt hier erstmal wieder unterschritten. Wir sehen es jetzt hier, hier sieht es nämlich ganz so gut aus, wir machen den Chart mal ein bisschen länger, dann wird es deutlicher. Aber es sind natürlich alles keine guten Nachrichten. Wir sehen es hier, wir sind wieder unter der 20-200-Tage-Linie. Das macht erstmal ein bisschen Bauchschmerzen. Bauchschmerzen macht natürlich auch, was die Bundesregierung morgen entscheidet. Das Wort, das böse Wort zweiter Lockdown macht immer mehr die Runde und hat natürlich auch heute früh die Anleger wieder komplett verunsichert und die Aktien auf Talfahrt geschickt. Ich glaube, einen Lockdown könnte es vielleicht nochmal geben, aber nicht in der Form, wie wir ihn gesehen haben und auch nicht mit den Auswirkungen auf die Wirtschaft, wie wir sie dann gesehen haben. Ich glaube eher, dass es partielle Lockdowns gibt, die dann mal sprich ein, zwei Tage sind oder dass man die Schule mal ausfallen lässt oder versucht, mit kleineren Lockdowns eben der Lage, wieder Herr zu werden, wenn diese Infektionszahlen oder wenn die Infektionszahlen weiter steigen. Dann glaube ich schon, dass da noch was kommt. Morgen werden wir ein bisschen schlauer. Bis dahin dürfte sich auch keiner so weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben es auch heute gesehen. Es sind viele Zahlen, die es zu verarbeiten gibt und die ganze Wirkung dieser Zahlen geht vielleicht auch so ein bisschen unter, weil eben viele Leute oder viele Anleger ein bisschen Panik haben davor, dass vielleicht morgen kommt, ja, wir machen alles nochmal für zwei Wochen zu, außer Supermärkte oder sonst was. Ich habe aber gestern nochmal bei mir drüben im Supermarkt geguckt. Toilettenpapier ist noch da. Aus diesem Grund vielleicht alles dann doch nicht ganz so schlimm, wenn man das als Indikator nimmt. Trotzdem haben die Hamsterkäufe ja wieder ein bisschen zugenommen und die Infektionszahlen sind nach wie vor nicht beruhigend. Und das Wort, eben dieses böse Wort Lockdown fällt immer ein bisschen mehr. Deswegen, das Gröbste ist noch nicht überstanden. Man kann immer nochmal damit rechnen, dass der DAX die 12.000 testet. Und darauf muss man sich tatsächlich einstellen, auch wenn man teilweise ganz gute Zahlen sieht und natürlich auch merkt, dass viele Unternehmen durch die Corona-Krise nicht ganz so schlimm betroffen wurden, wie man es vielleicht hätte annehmen können. In dieser Woche haben wir noch viele Zahlen, sprechen wir jetzt gleich drüber. Vor der Sendung ging es auch Schlag auf Schlag. Ist fast wie bei... Früher habe ich das geguckt, als ich klein war. Gut, ich muss ja sagen, ich kenne ja auch noch Schwarz-Weiß-Fernseher. Vielleicht kennen die das die wenigsten noch. Aber das war auch schon eine Farbe. Dalli Dalli mit Hans Rosenthal. War immer eine schöne Sendung, die man sich samstags abends angeguckt hat. Und so war es heute auch so ein bisschen vor der Sendung, als ich geguckt habe bei DPA. Da ging es nur noch bumm, 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 bumm. Da kamen überall die Zahlen rein. Pfizer mit BioNTech natürlich Corona-Impfstoff-Kandidat, aber nach den Zahlen und dem Ausblick ganz leicht im Minus. Natürlich schlechter als im Vorjahreszeitraum, aber eben auch nicht ganz so schlecht. Trotzdem die Aktie leicht im Minus. 0,1% vorbörslich nach den Zahlen. Besser hat sich da geschlagen. Die amerikanische Merck, die liegt nach den Zahlen und vorbörslich über 1,2% im Plus. Eli Lilly hat die Erwartung verfehlt. Liegt vorbörslich schon 3% im Minus. Caterpillar auch leicht im Minus. Auch da passen die Zahlen nicht zu 100%. Und wo sie aber extrem gut passen müssen, anscheinend. Ich habe noch nicht so richtig drauf geguckt. Ich habe nur die Veränderung gesehen. Harley Davidson. Born to be wild. 10% im Plus. Also da müssen die Zahlen deutlich über den Erwartungen liegen. Harley Davidson vorbörslich zieht die Aktie an. So viel so ein bisschen der Dali-Dali-Part vor der eigentlichen Sendung. Und dann kommen wir zu den Themen, die wir uns heute angucken. Wir gucken natürlich nochmal auf SAP. Wir gucken auf Alibaba mit der Ant Group. Da ist ja der Börsengang in den Startlöchern. Dies hat sich geäußert, der VW-Vorsitzende, zum Thema Förderung Elektromobilität. Dann haben wir in den hinteren Reihen ein paar Zahlen. Und wir haben Banken aus der Bankenbranche zahlen, die natürlich auch der Deutschen Bank guttut. Gucken wir zunächst erstmal auf Alibaba. Wir sehen es vorbörslich im Plus. Und wir haben es ja hier schon auch oft genug angesprochen. Es ist irgendwie schade, dass man nicht so richtig dabei sein kann. Muss man mal gucken, wie wir danach in die Aktie reinkommen. Weil der Börsengang ja eben nur in Hongkong und Shanghai stattfindet. Aber der Absatz soll reißend sein. Man muss sich fast, wörtlich gesagt, schlagen um die Aktien, um die neuen Aktien der Ant Group mit eben dem Alipay, dem Finanzdienstleister von der Alibaba Group. Also von daher, man hat ja die Aktien in Hongkong und Shanghai, dieses Doppel-Listing. Und in Shanghai läuft es gut. Und in Hongkong sollen überhaupt fast 98% der ausgegebenen Aktien schon weg sein an institutionelle Anleger. Da sollen ungefähr die Hälfte von den angestrebten 34,5 Milliarden Dollar, die der Börsengang bringen soll, was ein neuer Rekordwert wäre, eingespielt werden. Also die sind wohl schon so gut wie in der Tasche. Das CNBC berichtet jetzt, dass eben auch die Zeichnungsfrist verkürzt werden soll. Morgen Abend um 17 Uhr nach Ortstag soll schon Feierabend sein. Eigentlich war bis Donnerstag angedacht. Also alles das Zeichen, dass wir wirklich hier einen fulminanten Börsengang von der Ant Group sehen. Und danach dürfte es auch noch ein bisschen weitergehen. Der Hype hier dürfte mit Sicherheit ein gutes Stück weitergehen. Und wir schauen uns die ganze Sache an und verfolgen das natürlich weiter. Zahlen gab es heute auch aus der Bankenbranche. HSBC hat zum Beispiel 4,3 Milliarden Dollar eingenommen. Natürlich nicht so gut wie erwartet, aber immerhin viel besser. Nicht so gut wie im Vorjahreszeitraum. Aber immerhin viel besser als erwartet. Hier hatten die Experten alle nur ungefähr 2,8 Milliarden Dollar auf der Watchlist. Deswegen die Aktie heute auch klar im Plus. Wir sehen es hier. Hat aber auch kräftig gelitten. Jetzt heute sehen wir Anstieg 6,77%. Ähnliches Bild auch bei der Banco Santander aus Spanien. Auch die hat Zahlen geliefert, die deutlich besser waren, als man erwartet hatte. Auch hier sehen wir im schwachen Markenfeld kann sich die Aktie auch behaupten und liegt über 4% im Plus. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den deutschen Markt und auf die Aktie der Deutschen Bank, die sich weiterhin trotz schlechter Stimmung über der Marke von 8 Euro hält. Und morgen ist dann quasi der Tag der Wahrheit. Ich habe noch mal so ein bisschen drauf geguckt. Die Analysten, die sind alle immer noch nicht überzeugt. So ein bisschen. Die haben alle immer noch die Bremse drin und haben schlechte Aussichten weiterhin für die Deutsche Bank auf dem Programm, was man auch in den Kurszielen sieht, die teilweise noch bei 5 Euro oder ein bisschen in dem Bereich liegen. Also wir sehen ganz, die Analysten hat die Deutsche Bank auch nicht überzeugt. Sollte ihr das morgen gelingen und die Analysten dann so ein bisschen drehen und ihre Meinung ändern, dann könnte das natürlich ein enormer Kursschub für die Aktie werden. Also von daher sind die Quartalszahlen morgen ganz wichtig. Im Vorfeld würde ich mich jetzt vielleicht eher dann auf der Long-Seite positionieren als auf der Short-Seite. Aber es ist natürlich trotzdem 50-50. Nach den ganzen Zahlen, die wir aus der Bankenbranche gesehen haben, wird natürlich von der Deutschen Bank eben auch gerade erwartet, dass sie gute Zahlen liefern. Bringen sie die auch? Dürft es der Aktie mit Sicherheit helfen? Liegen sie irgendwo daneben? Dann dürften wir hier aber auch mal so einen Kursrutsch à la SAP von gestern sehen. Also es ist nach wie vor ein hohes Risiko bei der Deutschen Bank. Aber natürlich bin ich ein bisschen positiver eingestimmt, weil ich die Aktie auch immer im Langfristdepot habe, weil ich denke, dass der Umbau auch ganz gut vorankommt. Das sehen wir dann auch so ein bisschen bei Novartis. Die haben heute schon wieder die Gewinnprognose erhöht, kommt aber nicht ganz so gut an, war auch schon vieles eingepreist. Wir sehen es, die Aktie fällt wieder hier zurück in Richtung 75 Schweizer Franken. Ist aber für mich ein ganz gutes Niveau, wo man anfangen sollte, sich die Aktie auf die Watchlist zu setzen. Sie haben die Prognose wieder erhöht, war in den letzten Tagen, ging es wieder ein bisschen bergab im Grund der allgemeinen Marktstimmung. Aber ich denke trotzdem, Novartis, wer im Pharma-Bereich eher ein bisschen konservativ mitspielen möchte, der sollte sich die Aktie von Novartis auf jeden Fall auf die Watchlist tun. Gerade jetzt, wo wir im Bereich von 75 Schweizer Franken anbelangt sind. Wir sehen es, nach dem Corona-Tief und dem Rücksitzer ist das ungefähr der tiefste Punkt, den die Aktie erreicht hat. Wir waren aber auch schon mal wieder hier bei 83 Euro. Und wenn die Stimmung wieder sich ein bisschen dreht und die Nachrichtenlage ja eigentlich gut ist, dann könnte jemand durchaus wieder der Meinung sein oder könnte es durchaus wieder sein, wovon ich auch ausgehe, dass wir Richtung 80 Schweizer Franken laufen, wenn nicht sogar ein bisschen höher. Neuigkeiten auch heute im Zahlengewitter von BP. Auch hier gibt es Zahlen und auch hier war es besser als erwartet. Aber bei BP ist weiterhin nur das Öl schwarz. Die Zahlen sind nach wie vor rot. Man hat einen Verlust von 450 Millionen US-Dollar eingefahren. Aber die Analysten und die ganzen Experten hatten bei ihren Schätzungen um mehr als 700 Millionen Dollar auf der Rechnung. Von daher die Zahlen ein bisschen besser als erwartet. Aber eben immer noch rot. Und deswegen trotzdem sehen wir ein leichtes Plus in der Aktie. Kein ganzes Prozent. Aber immerhin haben die Zahlen hier für keinen weiteren Absturz gesorgt. Und sie könnten dafür sorgen, dass wir so langsam in den Bereich eingehen, wo eben auch die ganzen Öl-Aktien, auch die Aktie von BP langsam aber sicher ihren Boden hier um die 200 Pfund ausbilden. Das also nach den Zahlen. Von Covestro, wir sehen es, die Aktie profitiert auch nicht so richtig davon. Aber man ist wieder in die Gewinnzone zurückgekommen. Die Aktie war auch zunächst im Plus, ist dann wieder ein Stück weit zurückgekommen. Vielleicht haben wir auch einige Angst bekommen, dass die Marktlage eben gerade mal nicht so gut ist. Und dass deswegen sich das Ganze ein bisschen dreht. Wir machen den Chart noch ein bisschen länger. Trotzdem bleiben die Aussichten natürlich bei Covestro gut. Wir sehen es hier oben. Wenn man sich das in diesem Bereich anguckt, in diesem Chart, sind wir natürlich aus dem Corona-V raus. Sind jetzt wieder hier bei 42 Euro ungefähr. Da hat die Aktie schon zweimal ihren Boden gefunden. Dürfte sie wahrscheinlich nach den Zahlen auch haben. Also wer da noch mitspielen möchte, da kommt jetzt vielleicht nochmal die Gelegenheit, sich davon ein paar Werte oder ein paar Papiere, wollte ich sagen, ein paar Papierchen ins Depot zu holen. Also Zahlen ganz gut, man ist zurück in der Gewinnzone und aber natürlich trotzdem noch nicht so, also doch über Vorjahresniveau sogar auch schon, was das EBITDA angeht. Also nicht schlecht. Dann kommen wir zu unserem Sorgenkind von gestern. SAP. Ja, gestern 20% runter. Fast 22% runter. Heute sehen wir es leicht wieder im Plus. Die Gegenbewegung 3,17% geht es nach oben. Was gut ist auf der einen Seite, muss man sagen, die Analysten prügeln jetzt nicht wie wild auf den Wert ein. Nach solchen Meldungen kann es ja auch mitunter immer vorkommen, dass die komplette Experten-Gilde dann den Knüppel aus dem Sack holt und drauf auf die Aktie. Das ist nicht so. Die Bank of America hat die Aktie jetzt auf Underperform runtergestuft. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der das Kursziel dann natürlich gesenkt hat oder im Grunde genommen haben fast alle das Kursziel gesenkt. Aber viele sind auf Halten oder Kaufen geblieben. Außer jetzt die Bank of America, die heute eben auf Underperform abgestuft hat, was ja im Verkauf gleich kommt. Aber dann gibt es natürlich noch die Insider. Hasso Plattner, seines Zeichens Mitbegründer von SAP und aktuell Vorsitzender des Aufsichtsrats. Der hat über seine Investmentgesellschaft den Rücksetzer mal ordentlich ausgenutzt. Über 250 Millionen Euro hat er in die Hand genommen und hat sich dafür SAP-Aktien gekauft. Also das ist ja auch schon mal ein Vertrauensbeweis. Und das zeigt auch, dass der Mensch langfristig an den Erfolg von SAP weiter glaubt. Und wir haben ja gestern auch hier auch schon drüber gesprochen. Ist ja auch irgendwo nicht neu, wenn man jetzt den Gewinn zugunsten des Wachstums opfert. Und dass SAP wahrscheinlich durch die Corona-Krise auch dazu gedrängt wurde, die Transformation Richtung Cloud noch schneller voranzutreiben, als man eben selber auf der Rechnung hatte. Wenn die Corona-Pandemie nicht gekommen wäre, hätte man es vielleicht langsam, sachte, viel einfacher umstellen können Richtung Cloud. Und dann hätte es nicht einmal so wusch gemacht. Aber auf lange Frist oder auf lange Sicht muss man sagen, ist die Aktie immer noch durchaus kaufenswert oder hat durchaus gute Chancen, auch wieder in dem Bereich von 140 Euro, wo die Aktie vorher mal war, oder 130 zurückzukommen. Nur eben jetzt nicht ganz so schnell. Wir sehen es ja hier nach der Corona-Krise. In diesem Jahr ist die Aktie hervorragend gelaufen. Die Zahlen haben ja auch bis zu den Q3-Zahlen eigentlich auch immer gut gepasst. Das Ganze immer gut unterfüttert. Und SAP wurde ja bis gestern, muss man sagen, als einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie gehandelt. Sind sie jetzt vielleicht nicht mehr so, aber die langfristigen Aussichten, die sind trotzdem immer noch gut. Das Ganze hat sich jetzt eben auf der Zeitachse wahrscheinlich ein bisschen verschoben, weil man eben auch schneller handeln musste. Trotzdem langfristig, denke ich, habe ich es ja auch gestern schon gesagt, kurz vor Handelsende abwarten. Wer so unter 100 Euro zum Zug gekommen ist, der dürfte mit Sicherheit nichts falsch gemacht haben, wenn er in einem Jahr nochmal auf die Aktie von SAP schaut. Also davon bin ich eigentlich überzeugt. Deswegen kann man sich die Aktie ruhig auf die Watchlist setzen. Und Hasso Plattner, wenn die Aktie jetzt in einem Jahr wieder bei 130, 140 Euro steht, dann hat er mal eben so 30, 40, 50 Prozent gemacht. Und das auf eine Viertelmillion, Viertelmilliarde. Also, ja, so ein Auto war über 375 Millionen so in dem Dreh im Depotchen. Also da kann man dann auch den ein oder anderen Freudensprung mitmachen. Also ist aber auf der anderen Seite natürlich ein großer Vertrauensbeweis, den er hier geliefert hat, weil die Summe ja eben auch nicht eben klein ist. Dann gucken wir auf Volkswagen. Herbert Diess hat sich geäußert, hat gesagt, wenn es nach mir geht und wenn es noch keinen zweiten Lockdown mehr gibt, dann brauchen wir in Sachen Elektromobilität überhaupt keine Förderung mehr. Da haben wir genug Anreize jetzt geliefert. Jetzt könnte man das Ganze wieder einstellen. Klar, dass auch er das sagt, muss man ja auch ein bisschen im Hinterkopf halten. Man muss ja auch immer das eigene Unternehmen dabei begutachten. Und wenn man sieht, wenn man die drei deutschen Autobauer vergleicht, dann muss man ja sagen, okay, strategiemäßig, ausrichtungsmäßig und allem ist natürlich Volkswagen am weitesten, wenn es darum geht, den Konzern Richtung Elektromobilität zu fördern oder zu führen, was ja gesagt, da muss man sagen, ist Volkswagen, da beißt die Maus keinen Faden ab, am weitesten. Dahinten BMW und Daimler tatsächlich hinterher. Da ist VW am weitesten. Klar, dass die dann sagen, wenn es keine Förderung gibt, dann können wir diesen Vorteil natürlich auch ein bisschen mehr ausspielen, weil die anderen ja natürlich hinterher kommen und mit ihren Modellen natürlich auch ein bisschen später dann auf den Markt kommen. Klar, dass der Herr Diess sowas sagt, aber natürlich trifft er damit auch genau den Nerv von vielen, die auch sagen, warum soll man die Automobilindustrie weiter fördern? Auf keinen Fall die Verbrenner und alles. Also, guter Schachzug, hilft der Aktie heute aber auch nicht. Bei BMW gibt es noch Probleme mit einem Partner in China, der in Finanznöten geraten sein sollte, aber das dürfte die Aktie heute auch nicht belasten. Die haben zusammen einen Joint Venture in China. Und ich glaube auch, selbst wenn die jetzt in finanzielle Schieflage da geraten und zumachen, dann könnte BMW dieses Joint Venture wahrscheinlich auch alleine übernehmen. Und es dürfte irgendwie zumindest BMW unterm Strich nicht belasten. Und wenn wir den Favoriten unter den Autobauern suchen, dann haben wir hier heute auch oder haben wir hier in dieser Woche und in der vergangenen Woche schon des Öfteren betont, dass gerade Daimler bei den Anlegern gerade auf Platz 1 steht. Rücken wir auf die Tops und Flops. Wir sehen es. SAP haben wir gerade darüber gesprochen. Delivery Hero erholt sich wieder ein bisschen. Haben wir auch einen starken Rücksetzer gesehen. RWE, Merck und Fresenius Medical Care Plus, MTU im Minus. Da gibt es diese Woche auch die Zahlen. Donnerstag vielleicht sieht es da ja dann auch ein bisschen besser aus als angedacht. Wenn man seit Jahresanfang auf die Werte guckt, dann ist zurzeit MTU der zweitschwächste Wert. Es gibt nur einen Wert, der schwächer ist. Und, Entschuldigung, das ist Bayer. BMW, Autobauer, heute eben nicht so sehr gefragt. Heidelberg, Zement und auch die Allianz als Versicherer stehen heute ein bisschen im Abseits. Aber auch nicht mehr so stark wie zu Beginn. Wir wissen ja, der DAX hat sich leicht schon wieder erholt. Dann haben wir Brenntag. Da sehen wir es auch. Hier kommt die Aktie heute oben richtig mal raus aus diesem kleinen Corona-V-Aufstieg. Und es gibt ein neues Sparprogramm, das aufgelegt werden soll und das ab 2023 das EBTA um 220 Millionen Euro steigern soll. Dafür muss man aber auch aktuell noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber trotzdem kommt das neue Sparprogramm gut an. 300 Millionen, über ein bisschen mehr als 300 Millionen muss man jetzt in die Hand nehmen, um dieses Sparprogramm umzusetzen. Aber es soll sich ab 2023 dann so richtig bezahlt machen. Stellenabbau und alles gehört natürlich auch mit dazu. Und wir sehen es, die Aktie geht jetzt nach dieser Meldung nach oben raus. Es wird als gut empfunden, dass Brenntag hier jetzt eben anfängt zu sparen. Ja, auch ohne Prognose, konkrete Prognose kann man zulegen. Rational hat gesagt, man sieht auch wieder ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft. Aber möchte trotzdem keine Prognose abgeben, weil man immer noch nur davor Angst hat, dass nochmal ein Lockdown kommt. Aber man sieht eben der Hersteller von Großküchen, dass nachdem der Lockdown erstmal wieder vorbei ist, dass die Nachfrage wieder leicht anzieht oder anzieht. Das Ganze mit Quartalszahlen unterfüttert, die natürlich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht gerade das Gelbe im Ei oder das Gelbe im Ei sind. Aber trotzdem sieht man wieder ein bisschen positiver Richtung 2021 und das treibt die Aktie heute auch ein bisschen an. Neunix vermelden, neuen Großauftrag aus Texas. Howdy! Und da ist alles wieder richtig gut. Und wir sehen es, auch die Aktie profitiert heute davon im schwachen Marktumfeld. Liegt sie trotzdem kräftig im Plus. Und langfristig gesehen ist es auch ganz gut bei der Aktie bestellt. Also natürlich regenerative Energien werden immer weitergespielt und wir sehen, ist noch eine Menge Luft nach oben, weil eben auch Neunix noch weiter an seiner Profitabilität arbeiten muss. Kriegen die das aber im Griff, dann denke ich, gehen wir tatsächlich hier oben raus. Aber sie haben es ebenso nicht im Griff und deswegen ist natürlich auch wieder so ein bisschen Vorsicht geboten, wenn die Q3-Zahlen kommen. Der Deutsche, das Lieblingskind ist sein Auto, aber er scheint es irgendwie nicht zu waschen. Also von daher sieht es auch schlecht bei Washtag aus. Die Zahlen sind nicht sehr gerade überzeugend, ein bisschen schlechter als erwartet und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum natürlich auch ein bisschen übel. Wir sehen es, Corona-V bei weitem nicht abgehakt. Mal ein kurzer Ausflug Richtung 43, aber alles wieder abgebrochen. Und die Q3-Zahlen jetzt auch kein Argument, dass Washtag wirklich irgendwie zu den ganz großen Gewinnern der Corona-Krise gehört. Eher das Gegenteil ist der Fall. Es läuft nicht rund. Man will sein Auto nicht waschen. Tja, ich hätte gedacht, der Deutsche wäscht sein Auto weiter, aber natürlich, wenn viele im Homeoffice sind, fahren sie auch nicht. Es steht der Wagen vielleicht in der Garage und ist auch nicht so dreckig und muss auch nicht so oft gewaschen werden. Also vielleicht das auch, womit man sagen kann. Ja, deswegen. Katabasis Pharmaceuticals, heute unsere Zwiebel des Tages. Wir sehen es, mit einem Minus von 65, fast 66 Prozent kann man das locker vergeben, das Prädikat, heute Zwiebel des Tages. Die Phase 3-Studie eines Medikamentes ist nicht zum Ziel gekommen, musste jetzt abgebrochen werden. Über 60 Prozent, das Ziel verfehlt. Und wie die Anleger heute darauf reagieren, sehen wir es hier. Also so kann es gehen. So kann es natürlich auch gehen, wenn irgendeiner der heißen Impfstoffkandidaten vermeldet. Nee, ist nichts mit dem Impfstoff, aber da läuft zurzeit ja alles richtig rund. Von daher ist das aktuell bei den Werten, die gespielt werden, nicht so richtig zu befürchten. Aber wir sehen es auch hier immer wieder. Ein kleiner Beweis, wie hoch das Risiko in der Biotech-Branche eben ist. Wenn man die klinischen Studien der Hoffnungsträger, wenn die nicht zum gewünschten Erfolg kommen, dann entweicht eine ganz große Menge Fantasie aus der Aktie. So heute bei Katabasis Pharmaceuticals. Muster-Depot, ja, wir kommen langsam wieder Richtung 7 Prozent im Plus heute. Obwohl der DAX schwach unterwegs ist, haben wir trotzdem ein ganz gutes Plus. Vor allen Dingen wird es heute getragen eben von Jolimont, die ja auch über 4 Prozent im Plus sind. Dann fällt auf, dass die Anleger verstärkt wieder bei Verbio zugreifen. Und wir haben auch hier noch ein kleines Plus bei Wusix gestern gesehen. Also wir sehen es auch hier, dass der Trade geht vorwürstlich. Auch hier erholt sich die ganze Lage ein bisschen mehr. Und deswegen sehen wir, ist das Muster-Depot heute mit dem Plus unterwegs. Der DAX ja auch fast schon wieder, aber eben ein bisschen besser als der DAX. Es ist immer gut, wenn das Muster-Depot besser läuft als der DAX. Translate Bio-Incorporation habe ich mir angeguckt. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der extreme Biotech-Experte. Klar, sie arbeiten mit Sanofi zusammen. Klar, sie sind auch daran beteiligt an Impfstoffforschung. Sind aber in den Phasen ein bisschen noch hinter den Aktien, die gerade gespielt werden. Wie eine Moderna oder wie Pfizer, BioNTech oder eben wie Q-Bag. Aber sie sind dabei. Schlechte Ergebnisse gibt es jetzt auch nicht. Es wird allerdings ein bisschen länger dauern. Und hier steht, glaube ich, dann eher auch die Aktie von Sanofi im Fokus, die sich auch an Translate Bio beteiligt haben. Also sollte natürlich hier positive Nachrichten kommen, kann es durchaus wieder nach oben gehen. Aber wir sehen erstmal, dass auch hier die Fantasie so ein bisschen trotz Corona-Impfstoffforschung aus der Aktie raus ist und es wieder ein bisschen nach unten geht. 5,6 Prozent. Also ist es auch ein hoch spekulativer Wert. Kann man ein bisschen drauf setzen. Wer es ein bisschen auf dieses Duo setzen möchte, eben Sanofi, Translate Bio. Also muss man mal abwarten. Ich bin da nicht ganz so von überzeugt. Ich würde erstmal abwarten, wie die Geschichte hier bei 12,50 ausgeht in den kommenden Tagen. Ob man da drunter fällt oder ob hier die Aktie, wie wir es schon zweimal gesehen haben, wieder auftitscht. Also das ist für mich so ein Grund, erstmal abzuwarten. Ich glaube, die Zeit drängt auch nicht. Da man noch nicht so weit in der Phase ist, in der zweiten Phase, dürfte da auch so schnell, glaube ich, jetzt in den nächsten kommenden paar Tagen nichts kommen, dass die Aktie jetzt extrem nach oben schießen lässt. Also wer sich dafür interessiert, der sollte tatsächlich erstmal abwarten, wie das hier bei 12,50 ausgeht und dann nochmal einen genauen Blick auf die Aktie werfen. Bitcoin Group wurde auch gestern nachgefragt. Ist natürlich irgendwie so eine Sache, die so teilweise dann natürlich auch eins zu eins mit dem Bitcoin läuft. Die Handlungsplattform und Quartalzahlen oder Halbjahreszahlen waren jetzt gut. Man hat Steigerungen gesehen, weil natürlich auch der Bitcoin wieder angezogen ist. Bitcoin ist über 13.000 US-Dollar. Ich habe ja schon gesagt, auch hier sind demnächst höhere Kurse zu erwarten. Klar, wenn der Bitcoin läuft, läuft es auch bei der Bitcoin Group. Also wenn man die Charts, wer es kann, machen möchte, übereinander legt, dann sieht man schon, dass sie in etwa gleich verlaufen, dass sich die Bitcoin Group quasi hinter den Bitcoin anhängt. Von daher, wenn die Aussichten für den Bitcoin gut sind, dürfte auch die Aussichten für die Aktien der Bitcoin Group ganz gut aussehen. Und wo die Aussichten immer gut aussehen, Kinasch, das ist, wenn ich Vanessa einblende. Da haben wir immer eine schöne Aussicht und Vanessa hat auch immer schöne Themen. Hallo Vanessa. Hallo Markus. Ja, vielleicht kannst du dem Manuel ja auch eine schöne Aussicht zu Bechtle geben. Hm, wenn ich es könnte, wenn ich es könnte. Ich habe zuletzt auch nicht mehr so richtig drauf geguckt. Ja, Computer IT da war, aber ich glaube die Aktie ist, wir gucken einfach mal zusammen auf den Kurs und dann können wir mal so einen ersten kleinen Anhaltspunkt uns da zusammen reimen. Ich habe die Aktie wirklich Bechtle kennengelernt, habe ich zuletzt ein bisschen vernachlässigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aktie heute 2% im Plus, ist natürlich zuletzt wieder ein ganz gutes Stück, wenn man fünf Tage guckt, zurückgekommen. Drei Monate 7%, ihr könnt es natürlich erstmal gar nicht sehen. Wenn man auf drei Jahre guckt, natürlich gut. Dann haben wir jetzt den Rücksetzer hier gesehen. Tja, eigentlich läuft es ganz gut bei Bechtle. Ich würde sagen, warten wir mal die Quartalszahlen ab, warten wir ab, ob die Aktie tatsächlich auch hier, wenn wir es sehen, aus charttechnischer Sicht bei 150 tatsächlich im Boden findet und jetzt hier wieder dreht. Aber ich gucke mir nochmal ganz genau an, wie die Aussichten sind, gucke, wann die Zahlen kommen und werde Bechtle morgen dann noch ein bisschen, ein kleines Stückchen aktualisieren, den Ausblick dazu. Okay. Und der Dalion hat nach einer Einschätzung zu Pluralsight gefragt. Eine amerikanische Online-Bildungsplattform für Entwickler und allerlei. Hast du dazu auch eine Meinung? Ja, auf meinem Zettel. Grundsätzlich hört es sich schon mal nicht schlecht an, Online-Plattformen für die Weiterbildung. Es gibt auch einige Lernplattformen in den USA, die an der Börse sind, wo es auch ganz gut läuft, die wirklich immer verstärkter wahrgenommen werden. Ich gucke mal, ob die auch dazugehören und stelle dann vielleicht auch direkt mal die anderen vor, die da ganz gut laufen. Ist ja vielleicht dann auch für andere interessant. Also können wir das schon mal für morgen auf die Agenda schreiben, dass wir uns ein bisschen auch den Bereichen Lernplattformen, börsennotierte Lernplattformen anschauen. Okay. Und dann fragt Art MacGyver nach Cyc Motors aus China. Eine kleine Firma, beziehungsweise eine Firma, die kleine Elektroautos für den Stadtverkehr herstellt. Habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört bisher, aber du vielleicht? Ich habe da mal was drüber gelesen und es ist ein Trend, der aus Japan kommt. Ich glaube, die sind rasend schnell verkauft worden, sehen potestlich aus. Aber das ist ein Trend, der jetzt auch noch stark gefördert wird in China. Und ich habe das schon irgendwie mal kurz wahrgenommen. Ich habe mich aber da noch nicht so richtig eingelesen. Aber es ist ein Trend, auf jeden Fall der aus Japan kommt, der da hervorragend läuft, die wirklich ganz kleine Flitzer, Elektroflitzer bauen, die in der Stadt natürlich bessere Parkplätze alles kriegen und alles, die auch nicht so eine hohe Reichweite haben, dafür aber eben auch sportbillig sind. Ich glaube, der Preis lag um die 7.000 Euro pro Auto. Von daher ist die Nachfrage unheimlich groß. Und ich glaube auch hier, die sind eben dadurch aufgefallen, dass sie ja nach, die sind erst relativ kurz am Markt und sofort schon eine Bestellmenge von über 50.000 hatten. Also wenn es das tatsächlich ist, was ich so im Hinterkopf habe, dass es wirklich das mit diesen kleinen Autos ist, dann ist die Geschichte ganz interessant. Aber man muss auch ein bisschen abwarten, weil die, glaube ich, tatsächlich auch auf den asiatischen Raum beschränkt ist, weil ich bin da immer ein bisschen auch von meinem Geschmack abhängig. Ich habe mir die Autos angeguckt und ich habe mir gedacht, billig und eh ist ja alles gut und auch der Umwelt zuliebe. Trotzdem würde ich mich irgendwie nicht reinsetzen, weil ich sie extrem unschön finde, mal freundlich ausgedrückt. Aber die Asiaten denken natürlich anders. Die haben vielleicht auch eine andere Vorstellung, wie ihr Auto aussehen muss. Wir Deutschen sind da ja auch so ein bisschen verwöhnt. Wenn die Amis auf Pickup stehen, brauchen wir ja natürlich auch irgendwas, was was hermacht, wenn man auf die deutschen Autobauer schaut. Deswegen der Trend eher so ein bisschen regional begrenzt, aber ist gut angelaufen. Ich glaube, die haben jetzt auf der Automesse in Peking eben verkündet, dass sie irgendwie erst seit zwei oder drei Monaten das Auto anbieten und haben auf der Messe in Peking, die ja jetzt vor kurzem war, schon über 50.000 Bestellungen für das Auto eben eingesammelt. Das habe ich im Hinterkopf. Wenn es das ist, ich gucke nochmal genauer hin, aber dann kann man da vielleicht drauf setzen, aber man muss eben auch gucken, ich habe eben noch nicht die Zahlen dazu und ich glaube, die Daten wird man auch nicht so richtig finden, wie eben auch die Gewinnmarge ist auf diesen ganzen Autos. Ich glaube, hier muss man eben auch tatsächlich über Masse statt Klasse gehen und von daher weiß ich nie, ob die 50.000 Bestellungen dann da tatsächlich reichen und wie viel da letztendlich nachkommen müssen, damit man auch sagen kann, dieses Auto ist tatsächlich ein Erfolg. Und dann wurde noch nach L'Oreal gefragt. Benutzt du L'Oreal? Ich nicht, nee. Wobei L'Oreal nicht direkt, aber tatsächlich benutze ich Untermarken von L'Oreal, die dazugehören. Die haben ja auch einiges da mit drin, Benefit und verschiedene andere Sachen. Ja, das stimmt. Da gab es auch zuletzt die Zahlen, die waren gar nicht mal so schlecht. Also auch hier sieht man wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, was ich ja so gerne sage. Und die Aktie hat sich ja zuletzt, wir gucken einfach wieder zusammen drauf, hier muss man sagen, sehen wir, dass nach den Zahlen, dass es hier tatsächlich deutlich nach oben ging, weil die Zahlen eben auch besser waren als erwartet. Wir sind auch schon aus dem Corona-V hier oben raus. Dann kamen die Rücksetzer aufgrund der allgemeinen Marktlage. Die Zahlen haben aber bestätigt, dass L'Oreal jetzt nicht so schlecht unterwegs ist. Wenn ich die Aktie jetzt hätte, habe ich da jetzt keinen Grund festgestellt, warum man rausgehen sollte. Ich habe aber auch nicht so viel Fantasie gefunden, sonst hätte ich die Aktie am Tag der Zahlen auch richtig hier mitgebracht, weil ich drauf geschaut habe, dass ich jetzt sage, wow, da ist jetzt die Fantasie entstanden, dass es hier oben noch extrem weiter rausgeht, weil wenn wir sehen, bewegen wir uns ja in Richtung Allzeithoch und alles. Und da muss ich sagen, ja, es gibt halt nicht so viele Argumente, dass es da extrem jetzt nach oben rausging. Die Zahlen haben den Rücksetzer hier wieder wettgemacht, der aufgrund der allgemeinen Marktlage war. Und von daher ist ein Wert, ein solider Wert, den man halten kann, wenn man ihn hat, muss man ihn nicht rausschmeißen. Aber ich glaube, Neukäufe oder Zukäufe drängen sich bei dem Wert aktuell nicht auf. Ja, das ist doch dann mal ein bestimmtes Statement. Und der Ruben, der trommelt schon ganz fleißig bei uns im Chat wieder nach Likes beziehungsweise um Likes. Und genau das machen wir auch, 727 Zuschauer. Und wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Lasst uns gerne ein Like da. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann würden wir uns auch wünschen, dass ihr das schnellstmöglich nachholt und unseren Kanal natürlich abonniert, um keine Sendung mehr zu verpassen und immer up-to-date zu bleiben, was es im OnVista-Universum so Neues gibt. Ja, ich kann nämlich das jetzt hier unten auch steuern, weil nämlich gestern mein Fehler, dass es immer mit Vanessa eingeblendet wurde. Aber jetzt hat der Fatih ein Knöpfchen, wo er auch mal auf das Abonnieren oder auf die Abonnieren-Grafik draufklicken kann. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Wir sehen uns morgen wieder, auch wenn der DAX weiterhin ein bisschen mies drauf ist. Behaltet eure gute Laune, guckt ein bisschen im Depot auf die Risikowerte, vielleicht ein bisschen absichern. Aber wir sehen heute, hält es erstmal, aber wir wissen noch nicht, ob es die Ruhe vor dem Sturm ist. Wir gucken natürlich morgen in aller Ruhe wieder zusammen drauf. Macht's gut!